Besant Naga ist ein Stadtteil von Chennai, der Hauptstadt des indischen Bundesstaates Tamil Nadu. Er ist nach der Theosophie Nani Besant benannt. Besant Naga liegt im Süden Chennais, rund elf Kilometer südlich des Stadtzentrums. Verwaltungsmäßig gehört Besant Naga zur Zone Adjah. Die Grenzen des Stadtteils sind nicht genau definiert, Besant Naga lässt sich aber gegen Thiruvanmiu im Süden und Adjah im Westen abgrenzen. Im Norden liegt das parkähnliche Gelände der Theosophischen Gesellschaft Adjah am Ufer des Adjah-Flusses. Im Osten befindet sich der Sandstrand Elliot's Beach am Ufer des Golfs von Bengalen. Besant Naga gehört zu den Mittelklasse-Wohngebieten im Süden Chennais, die zwischen den späten 1940er und frühen 1980er Jahren erschlossen wurden. Der Hauptanziehungspunkt von Besant Naga ist Elliot's Beach, benannt nach Edward Elliot. Dem Gouverneur von Madras von 1803 bis 1820. Ebenso wie der nördlich angrenzende Stadtstrand Marina Beach sieht Elliot's Beach vor allem abends und am Wochenende zahlreiche Besucher an, die zum Flanieren an den Strand kommen. Den Strand ziert ein mittlerweile verfallenes Denkmal für den dänischen Seemann K.A.J. Schmidt, der 1930 hier ums Leben kam, als er eine junge Britin vor dem Ertrinken rettete. Nahe dem Strand befindet sich der moderne Eshte-Lakshmi-Tempel, in dem die Hindu-Götting-Lakshmi in acht verschiedenen Aspekten verehrt wird. Ebenfalls in der Nähe befindet sich eine Kirche, die der Muttergottes von Vilanka nie geweiht ist. Punkt, 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 Punkt.